Moin moin, herzlich willkommen zurück hier, Loot or Blut. Es ist Samstag, es ist 11 Uhr, die Sonne geht unter, 11 Uhr. Hallo Gonji, grüß dich. Ja moin. Hey. Ja, wie soll ich sagen, Yonji, schön, dass du es einrichten konntest. Oh ja. Wir haben gerade, wir haben gerade 41 Minuten lang versucht, Gonji seinen neuen Stuff-Rechner im Laufen zu bringen. Ja, richtig. Also wir wollten eigentlich in, genau, sagen wir gleich nochmal, erzähle ich gleich nochmal ein bisschen was dazu zu dem neuen PC. Aber ich laufe erstmal nach Hause, du weißt ja, ich bin Schisser. Ja? Meine Taschen sind voll, Cracker Book lohnt sich irgendwie gerade nicht, finde ich. Findest du? Ja, hier sind zu viele Zombies. Ach so. Ich stink auch noch, ich hab Fleisch in der Täsche. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ach so, wir haben ja, ach Gott, das Bett ist ja auch noch da, da ist ja unser Base. Ja. Ich musste auch gerade erschreckend feststellen, dass ich ja hier in dieser Staffel dem Todesmalus nicht erinnern konnte. Wird mir gerade irgendwie erst bewusst, wie schlecht ich gespielt habe mit einer Wellness 82 da unten, rechts, links, da. Oh, das, das, das kommt nochmal. Das wird wieder, das wird. Wo gehst du eigentlich hin? Ich bin zu Hause. Oh, warte mal, ich hab da noch keinen Schlafsack, ich hab da noch keinen Schlafsack gesetzt in dem Bunker. Ne, ich hab auch noch in dem alten. Mhm. So, erstmal Fleisch los. So, ja, also mein PC, ich hatte eben echt Probleme. Ähm, der wollte einfach, ja, wie war denn das? Also mein Ausschlag war ständig dauer. Ich hab eben gesagt, er soll sich doch besser schützen. Hä? Wegen dem Ausschlag. Ne, Ausschlag von Mikro, das wollte nicht zugehen. Das war super anstrengend gerade. Ähm, satirisch genervt. Und ich bin ja, ich hab ja im Singleplayer dasselbe Problem, dass ich da noch sehr leise bin. Also das, so Fluch und Segen zugleich. Der PC ist schon geil, man sieht's hier bei mir an der Grafik, das ist schon sehr viel cooler. Mhm. Aber, ja, das sind echt noch ein paar Einrichtungssachen, die man hier noch vor sich hat. Die halt noch im Bett nerven. Ich weiß auch nicht, ob der Sound mittlerweile schon ein bisschen besser geworden ist. Also ich hab den direkten Vergleich, ich hab selbst in der Aufnahme, ich hatte ja auch ein bisschen rumgetestet und die Aufnahme gemacht. Und da so, ja, Mensch, ich hör mich ja ganz gut. Und dann hab ich auch tatsächlich einen 1 zu 1 Vergleich mit dem, ähm, anderen Video gehabt. Dann hat er auch, äh, auch Feedback bekommen. Und da wurde dann auch gesagt, Mensch, ja, bist ein bisschen leiser als sonst. Äh, und, ja, das, ähm, ist so. Hm. Hier draußen, das ist die Müllkiste, ne? Genau, das ist die schnelle Müllkiste und unten haben wir dann nochmal, auch nochmal Müllkisten. Ich hab noch, ich hab noch ganze elf Pfeile, seh ich grad. Wir haben unten Federn, über ins Deck. Glaub ich, über ins Deck. Was fehlt mir dann hier zu den Arrows? Mir fehlen Steine. Muss mal Steine kloppen. Wir sind ja, ah ja, wir haben noch normale, aber ich glaub, wir können schon Iron Arrows herstellen unten. Ich nehm alles mit, was hier drin ist. Ich hab schon einmal mich unten ausgemüllt. Ich, äh, leg da noch was rein, warte. Mehr krieg ich nicht. Ach was. Ach was. So, dann, äh, ich hau mal 5000 Holz in die Kiste. Ja. Mir fällt gerade ein, ich hab, ähm, auf jeden Fall Holz gedroppt. Oh. Ja, das fällt mir gerade ein. Ach, warte mal, ich hatte noch gar keinen Mining-Helm mehr. Kann das sein? Ne. Wir haben auch noch nicht so viele Fackeln. Da kam von Ehrmann der Hinweis, Mensch, wir könnten ja mal Lampen bauen. Oder hat er auch nicht ganz Unrecht? Das kann man echt mal machen. Du willst mal eine auf die Lampe hauen? Mhm. So, Fleisch haben wir ja ordentlich gesammelt. Ja. Da haben wir eine schöne Tour gemacht. Also, es war halt ein wunderbarer Ausflug. Fleisch. Fleischzeit. Da, 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 da. Fleischzeit. Da, 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 da. Nein. Das war ein anderes Lied. Oh, du hast den Frame schon weggenommen. Ja, draußen, ja. So, 20 Bacon and Eggs können wir ansetzen. Haben wir Fett unten? Ja. Okay. Genau, Fackeln könnten wir machen, aber wir könnten halt auch Lampen machen, ne? Ja. Ich setz mal das Fett vielleicht schon mal. Ich setz das einmal komplett an. Boah, Steine. Haben wir ja unten noch Steine, Nege? Ich hab eben nicht geguckt. Kann gut sein. Ich denke, ich denke schon. Ich würde sonst noch mal Steine klopfen. Ach, Peter, dann haben wir, guck mal, 300, 400. Ja, ich hab auch noch 250 auf Tasche. Und Steine sehe ich hier gerade noch nicht in der Müllkiste. Das haben wir ja auch noch nicht so. Oh, Eier haben wir hier nochmal ordentlich. Ich geh nochmal runter, Steine holen. Ja. Ich guck vielleicht nochmal wegen Lampe. Lampen machen. Ich mach direkt alles, Becken and Eggs, was geht, ne? Steine mach ich unten in der Mine. Wir haben hier draußen so eine kleine Mine. Oh, da läuft ein Z. Huhu. Becken and Eggs mach ich alles, ne? Was geht? Ja, klar. Ja. Ja, ich hab Hunger. Ja, gut. Dann bring einen hungrigen Morgen mit. So, ich hab noch nie, wirklich noch nie eine Lampe gebaut. Achso, und es kam auch ein Kommentar bezüglich, was wir mit dem Nachbarshaus machen sollen. Okay. Es kam sogar zwei Kommentare. Habe ich nicht gesehen. Das macht gar nichts, deswegen erzähl ich dir das. Gas, ich bin gespannt. Äh, Garage für die Minibikes, die wir noch nicht haben. Cool. Ja, das macht auch Sinn. Also definitiv. Dann kann man da reinfahren, macht die Hütte zu hinter sich und kann dann von da rüber. Ein bisschen Bammel, weil da draußen ein dicker fetter Z läuft. Ja, das kannst du dann noch haben. Will aber auf jeden Fall Steine noch heute Nacht holen, weil heute Nacht ist die Nacht der Steine. Aber ich hab 517 hier. Ja, ist nicht so viel, finde ich. So kann das sein, dass man eine Lampe nur an der Werkbank machen kann, die wir natürlich nicht haben. Meininghelm, ja. Ja, nee, nicht Meininghelm. Lampen. Lampen. Lampen kannst du so machen. Ich finde die elektronisch, ich finde die nicht. Äh, elektrische Lampen an der Bank dann. Electrical. Also er zeigt mir das auch hier nicht mehr an. Also ich hab die schon mal gesehen irgendwo, aber das geht wirklich wahrscheinlich nur an der, äh, an der Dingsbank hier. Das dauert natürlich noch 7000 Jahre, bis wir soweit sind. Ich setz mal ein paar, äh, Pfeilspitzen an, ne, für Iron. Mhm. Es ist sehr dunkel hier unten, finde ich. Gott, hier ist auch gar nichts sortiert. Ja. Ich, ich seh zwar, dass ich was abbaue, aber ich seh nicht, was ich abbaue. Oh, scheiße, das bringt so nicht viel. Ohne Licht kann ich hier unten nicht arbeiten. Ja, Meininghelm ist doof, ne. Was heißt denn, achso, du bist da in unserer... Bin ganz unten im Loch, aber... Ja, okay. Ey, man sieht ja hier gar nichts. Das macht keinen Sinn. Ne, genau. Ja, ich sag mal, wir... Eine Info nebenbei, ne. Ich glaube, bis Weihnachten wird das wahrscheinlich erstmal aus zeitlichen Gründen, ne, Weihnachtszeit, die letzte Folge sein, ne. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir, wie, wie, wie weit wir heute noch kommen. Ich meine, wir haben ja gleich schon eine sehr, sehr tiefe Nacht hier bei uns, Re-Time. Ja. Leider Gottes. Ja, wir haben fast die gleiche Uhrzeit wie jetzt bald fast, ne, und, äh... Nur zwölf Stunden weiter? Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir... Ob wir heute eine Folge oder zwei schaffen. Und nächste Woche kann ich nicht. Genau. Da ist, äh, Verheiratungstag. Ja! Woo-woo-woo! Bam. Bam! Genau. Und, äh, von daher kann es gut sein, also, ne, seid da nicht traurig, wenn es dann am Wochenende... Vielleicht die eine oder andere Folge dann halt nicht gibt. Wird dann ein bisschen ruhiger vielleicht. Genau. Aber es ist halt Weihnachtszeit, ne? Da hat man ein bisschen, da hat man Weihnachtsfeiern. Das hatten wir auch schon. Ja, wir müssen noch ein paar Plätzchen backen. Das wollen wir auch noch mal backen. Genau. Ich zum Glück nicht. Wir haben doch gar keine gebacken. Und eigentlich sind selbstgebackene Kekse schon lecker. Und wir haben schon. Waren wir da drüben in dieser Pumpenstation schon drin? Äh, ja, sogar... Ich glaube, vor einer ganzen Weile sogar schon. Relativ früh bin ich der Meinung. Okay. ... im Spiel. Oh, das ist so durcheinander hier noch alles. Ja. Hast du Fackeln mittlerweile angesetzt? Ähm, ich hab Tello angesetzt, ja. Da müsste auch schon ein bisschen was drin sein. Alter, das ist hier so durcheinander noch. Holy moly. Und einen Minibike können wir natürlich auch noch nicht. Also das heißt, wir könnten natürlich nebenan schon eine Garage bauen. Aber halt das Minibike noch nicht. Und wir bräuchten ja auch die Bank, die wir ja auch noch nicht haben. Ich hab schon gut aussortiert hier. Zwar ein bisschen durcheinander, aber... Ja, ich hab erst mal irgendwie versucht anzufangen. Schau mal, deine Klamottenfragmende brauchen wir. Da drüben war doch ewig viel Klamotten. Können wir doch zerreißen, oder? Ja. Hier so eine Batschkappe. Weg damit. Was ist das hier? Building. Oh Gott, ich seh hier noch nix. Warfenteine. Vielleicht werden wir jetzt gehatet, weil wir die Sachen schön verkaufen können. Aber das hat alles keinen Wert. Brauchen wir die Duster? Ja, muss mal gucken. Manche Klamotten sind... Also hier haben wir ein bisschen Closed Fragments. Das sind neun Stück immerhin. Ich hab jetzt auch schon 16 mittlerweile. Ich hab ein bisschen Klamotten gescrappt. Aber das braucht man nicht. Man braucht nicht so viele Sachen hier. Aber manche sind tatsächlich wertvoll. Die wertvollen Sachen hebe ich natürlich auf. Natürlich. Natürlich. Für dich. Untouched Kiste hier unten noch mit Fertilizer und Bullet Casings. Ui. Haben wir geschlafen? Ja, wahrscheinlich zu dunkel. Also ich hätte hier ne Taschenlampe, aber das ist ein bisschen anstrengend, finde ich. Süß, da kann es oben hängen Lampen. Und sie gehen nicht, toll. Kann man die nicht... Wo? Kann man ranchen auch. Ach da. Ja. Scheinwerfer wären natürlich vielleicht auch mal nicht verkehrt, ne? Ein Hunting Rifle Stock, den muss ich ja nicht umhertragen, ne? Kommt der in die Ammokiste oder in die Supply? Unten in die Supply Kartoffelbrei. Und nein. Zack, zack, zack. Sag nicht zack. Zack zu wrap. So. Ich setz mal ein paar Fackeln an hier. Ich hab auch schon acht Stück angemacht. Ey, Fackel. Angemacht. Ja. Oh, hier ist Papier drin. Genau, mehr hatten wir ja noch nicht. Was keilt hier unten auf jeden Fall? Findest du? Ja. Obwohl ich ein... Ach so, das macht Minus. Ja, ja. Ich war bei drei Grad gerade. Mh, zehn Prozent trinken. Ich hau mir mal ein bisschen Jokka-Saft rein. Ja. Ich hab auch noch die Jokkas, die ich hatte. Hab ich, ähm... in die Essenskäste gepackt. Weil Essen haben wir ja jetzt wieder... ganz gut. Äh, dass wir Dünger haben, ist gar nicht so verkehrt, glaube ich. Ja. Und Dünger ist vor allem super teuer, ne? Zum... Ja. Zum Herstellen. Und selten, eigentlich fast, finde ich, ne? Ja. In meinem Solo... In meinem Solo gebe ich aber nichts auf Dünger und so. Weil anbauen tue ich da nichts. Ist nur Fleisch. Im Moment. Aber irgendwie hätte ich mal vielleicht Bock, einen kleinen Gartner. Aber... Guck mal, der Raum ist doch schon viel, Helder. Mhm. Ja, also das macht auch Sinn. Ich weiß jetzt noch nicht, wie oft man das verwenden kann. Aber man kann das einige Male verwenden. Das Dünger, was man angesetzt hat. Und das ist schon echt cool. Das sind die ganzen Waffenteile hier. Zack. Munition. Zack. Und Supply. Zack. Ich muss gerade mal trinken. Ganz... Ganz doll. Na, jetzt bin ich satt. So, dann kommen die wieder zurück. Marsch, marsch. Wir haben... Ich habe Munition dabei. Das brauche ich jetzt nicht direkt. Kommt es weg. Gut. Die können auch... Crossbow können wir schon. Genau. Crossbow! Da mache ich nämlich Crossbow-Fights. Das hatten wir nicht mit Schmall. Also Bolzen. Mhm. Da haben wir 250. Und danach setze ich mal ein Crossbow an. Ich glaube, das macht Sinn. Wir müssen ja mehr als einmal Duck-Tip haben. Das kann doch nicht sein. Wir müssen echt sortieren. So, gucken wir mal hier raus. Wie sieht es denn aus? Na toll. Hinten an der Mine macht jetzt... ...n fetter... ...voll'n Aff, ey. Ja, der hat dich davon gerochen. Und sagt jetzt, ...sonst klar. Wenn du hier bist... ...gucken wir mal. Wie weit geht dann so ein Pfeil? Ja. Du nimmst auch ein Crossbow? Oder bleibst du... Auch wenn du hast? Oh, ich glaube, der hat mich gesehen. Ich versuch mal. Die Frames hast du weggenommen, ne? Ich frage nur... Jetzt ja. Sonst würde ich hier nämlich zumachen. Hier unten. Nicht, dass du noch ein Zombie runterbringst. Wieso? Wäre doch mal ganz spannend. Ist eh gleich Tag. Das stimmt. Das stimmt auch wieder. Oh, ich glaube, ich habe sein Auge getroffen. Hat er so geschrien, ne? Das hört sich ziemlich nah an. Wenn ich das mal so sagen darf. Ja, geringfügig. Also, er steht vor der Tür, sozusagen. Wenn ich haben. Kraft. Ja, ein Crossbow kriegen wir ohne Problem mal hin. Komm her, Digga. Ja, komm schon. Der ruft da und deinen Namen, glaube ich. Komm doch mal hoch. Ein Freund von dir. Klingelt an der Tür. Ich komm mal gucken. Forged Island brauche eh noch einen Moment. Hattest du auch nochmal per Frageln angesetzt, eigentlich? Ich hatte acht Stück oder so. Oh Gott, ist das schon wieder hell. Ja, ich sag ja, wir können raus hier. Alles gut. Tada! Und gleich gelootet. Danke. Okay, ich hole nochmal für den Crossbow. Die Mads. Warum lacht er so? Alles gut? Alles gut. Ich hab nicht gelacht. Natürlich nicht. Wo war denn jetzt der Crackenbuck jetzt wieder? Der war irgendwie hier die Straße runter. Irgendwo längst. Genau. So, dann kommen wir doch nochmal mit. Oh, also. Vielleicht finden wir ja Minibike-Rezepter. Wobei cooler wäre natürlich, wenn wir eine Bergbank finden würden. Wieso hast du denn hier einen Frame weggenommen? Sogar hier draußen. Ich hab den falschen weggenommen. Ei, 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 ei. Jetzt hat das ja was mit auch mehr. Ei, 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 ei. Ah, Framesetzen ist alles so sch... Stahlspitze. Ähm, wo war denn nochmal? Da, in die... Genau. Westlich. Ich will hier rein. Das müsste schon ganz ordentlicher Crossbow werden. Ach, das ist der Schem? Nee, in den Schem wollte ich eigentlich nicht. Äh, nehm ich zuerst. Nehm ich zuerst, doch. Bin ich jetzt hier total verkehrt? Ach, da drüben war der. Ja, genau. Ein bisschen weiter die Straße runter. Oh, du hast ja schon angefangen zu looten. Unsere Vorlooter. Zwei Sachen. Willst du mir nur die besseren Rezepte haben? Nö. Weit ich nicht. Weg da. Geh weg. Den schönen vorbeifliegen sehen, eben. Okay, einer links, einer rechts, oder? Ja. Okay. Auf die Plätze fertig, los. Wobei, wenn dein Rechner so lange braucht. Okay, also was ich kenne, nehm ich erstmal nur so mit. Ich nehm erstmal nur alles mit. Oh, ist das dunkel hier. Mach dir doch ne Fackel an. Hunting Rifle. Ich glaube, unser Loot-Glück ist einfach zu schlecht. Kommt nur Papier bei raus. Rennende Pfeile habe ich, ja. Unibike. Machst du nicht, oder? Nee, wollen wir. So. Ach. Hallo. Hallo? Du bist hier schon auf meiner Seite. Du hast vorgehootet. Da liegt ein Korb. Ja. Kann man mitnehmen. Oh, der Bibliothekar ist da. Hast du das gehört? Ja, der gehört zu dir, aber. Oh, Mann ey. Dass wir auch noch kein Meiningheim gefunden haben. Das geht gar nicht. Ja. Dabei fällt mir gerade ein, wir waren wirklich schon in dieser Station da. Bist du? Nee. Oder in der Station? In unser Nachbarhaus da, wo du gefragt hast, ob wir... Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich dir das beschreiben soll jetzt. Okay. Ja, das war auch ein anstrengender Abend. Diese Tank... Wassertankstation da. Jetzt weißt du, ne? In der Pumpenstation meinst du? Ja. Aber ich weiß gerade nicht, wer hier rumtingelt. Ob du das bist oder ob ein Zombie hier mir gleich in den Nacken sprengt. Das wird wahrscheinlich der Zombie sein, der die gleich in den Nacken sprengt. Oder, sagen wir mal so, ich habe ja Glück in dieser Folge. Wahrscheinlich bin ich das der, der stirbt. Nee, ich sehe ihn schon hier an der Tür rumtingeln. Du weißt, wer ihn zuerst gesehen, der... Hm, ja. ... muss den Zombie looten dann. Mal mit den Tresor auf. Das könnte noch ein bisschen lange dauern, ne? Hast du schon hier geblootet? Hier vorne die Kasse. Ja. Komm mal mit her, bitte. Hast du eine Picke dabei? Jo. Guck mal, wir kriegen Hilfe sogar durch die Wand. Sag mal draußen Bescheid. Einen weiter rechts. Ja, nee. Das passt ja schon. Okay. Guck mal, da können wir schön gerade durchschießen dann auch. Du lootest, ich bin voll. Okay, jetzt schon? Ja. Hast du es schneller geblootet? Nee, ich habe draußen ja noch was anderes geblootet. Auf, ran mit dir. Ich hätte hier nochmal... Hast du eine Ranch dabei? Nee. Guck mal her. Nimm mal die Parts auf. Wir liegen auf dem Boden gleich. Das ist ein Teamwork, gell? Einer arbeitet, der andere nicht zu hoch, ne? Bester Mann. So, ich gehe dann wieder raus. Lady. Und warten, bis die da ist. Boah, jetzt ist hier ein Loch auf. Die hat sich so viel Mühe gegeben. Ja. Dann läuft die weiter. Und jetzt hau mal ab, ne? Jo. Oh. Gebt ja nichts. Wenn ich was sehen würde, wüsste ich, was ich tue. Ich würde sagen, wir machen noch schnell eine Folge für Sonntag, oder? Kriegen wir noch eine hin? Jo. Kriegen wir noch eine hin. Dann, wenn es euch gefallen haben sollte, lasst mal ein Däumchen da. Schreibt was in die Kommentare. Auch wenn die Folge heute fast spannend war. Weil ich bin nicht gestorben, ne? Nee, genau. Aber ich bin hunted. Wenigstens bin ich hunted. Wenigstens hunted, da kommt er auch. Ja. Ein Zombie-Kill und sonst nicht viel zu tun. Also. Sortiert, ne? Wir haben, ja. Bisschen aussortiert. Es soll mehr Damage machen, wenn man... Oh. Wenn man ihn in Feuer... Wenn man ihn abfackelt. Genau. Wenn man in der Hocke sitzt. Ja. Genau. Wir sehen uns morgen wieder. Noch gereicht für einen Screenshot? Ja, genau. Ich glaube ja. Bis dann. Bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.